Ich lerne Deutsch. Nummer 10896 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der bunte Schmetterling fiegt in der Sonne und bringt Freude. Der bunte Schmetterling fliegt in der Sonne und bringt Freude. Lesen fördert die Gesundheit, indem es Stress abbaut, den Schlaf verbessert und sogar die Lebenserwartung erhöhen kann. Die ausgelassene Stimmung des Musikfestivals ist elektrisierend. Die ausgelassene Stimmung des Musikfestivals ist elektrisierend. Langeweile ist für mich wie ein geschlossenes Buch. Langeweile ist für mich wie ein geschlossenes Buch. Ich öffne es mit meiner Fantasie. Langeweile ist für mich wie ein geschlossenes Buch. Ich öffne es mit meiner Fantasie. Konzeptionell lege ich Wert darauf, dass die Texte klare Anweisungen enthalten, um das Verständnis zu erleichtern. Endlich gibt es etwas zu essen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hungrig ich bin. Endlich gibt es etwas zu essen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hungrig ich bin. Ich kümmere mich um den Gummibaum und besprühe die Blätter. Ich kümmere mich um den Gummibaum und besprühe die Blätter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich kümmere mich um den Gummibaum und besprühe die Blätter. Ich kümmere mich um den Gummibaum und besprühe die Blätter. Ich kümmere mich um den Gummibbert. Eine Geschichte. Vielen Dank.